Okay, sie fühlt sich sicher, das freut mich extremst gerade, weil das ist das Wichtigste. Sie muss sich sicher fühlen, denn ich glaube, sie alleine hat keine Chance. Was ist, wenn sie alleine gelassen wird? Ist das die Farm mit Hershel aus der zweiten Staffel von The Walking Dead? Sieht ein bisschen so aus, ja? Hey, Sean, I'm gonna run on home. My mama's gonna be in a snit. No sweat, man. I'll catch you tomorrow night. Okay. It was nice to meet you both. See you. Dann? Ist das Hörschel? Ich war überraschend, es wäre hier auch schlecht gewesen. Es war so kalt, wie immer, die letzten paar Tage. Wir haben den Weg gebrochen, dass die Mairin lebt, aber das ist nichts Neues. Ich würde es wiederholen, ohne Chet. Well, ich bin glücklich, dass du ihn mit dir genommen hast. Du hast ein paar guests gebracht. Uh. Ihr Junge ist ein Lifesaver. Glad er kann er eine Hilfe für jemanden sein. So, es ist nur du und deine Frau, dann? Oh, nicht seine Frau. Er war sie, sie. Honey, do you know this man? Yes. Okay, then. Well, looks like you hurt your leg pretty bad. Okay. Wenn das Hörschel ist, ist Hörschel Tierarzt. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass es Hörschel ist. Clem, bleibst du hier? Oder wo willst du hin? Let's have a look. Yeah. This is swollen to hell. Hmm. Could be worse. That's what it sounds like. Seems like things got awful bad in the cities. What did you say your name was? It's Lee. Nice to meet you, Lee. I'm Hörschel Green. Yes, it's Hörschel. Nice. Um. Car accident. That's so. Where are you headed before the car accident? Heim. Where's home? I grew up in Macon. We hit a guy. One of those things you've been hearing about. On the road. Who are you with? The girl. Nee, man. Das kann ich ihm nicht erzählen. Yeah. It is. Er will's merken. Oh. Okay. I didn't get your name, darling. Clem, Clementine. Can't imagine what you've been through, Clementine. I'm looking after until we find their parents. Hey, Dad. So I'm thinking, first thing tomorrow, we got to reinforce the fence around the farm. That doesn't seem necessary. I don't know what you saw on TV or heard on the radio, but there's some serious shit hitting the fan. I don't think anyone knows how to do it. Nicht so krank, dass du vor dem Kinn, ja? Dein Sohn hat recht. You're going to want to fortify this place. Yeah. Something like that doesn't happen around here, Sean. Dad, I'm serious. Stimmt, hör schnell, weil man strikt dagegen. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Ich würde gerne erst mal lieber auf Clem aufpassen. Ich würde gerne gar nicht nach Hause. Ja, genau. Hier war bestimmt schon mal Pferde drin. Wir werden sie finden. Ja, das ist weit. Okay. Ich liebe dich, Baby. ein Albtraum, wie es aussieht. Okay, er hat eine Frau. Ja, wir haben im Dreck geschlafen. Oho. Oho. Ich bin Kenny. Dad, was ist eine Erfurt? Es ist ein Tranker und alles. Was? Wahrscheinlich. Welche Eltern nennen ihr Kind Duck? Okay. Okay, macht für mich aber jetzt nicht so ganz den Eindruck. Ich finde, Kinder haben in der Apokalypse eine ganz, ganz schwere Rolle. Okay, vertraue ich ihr? Sie scheint aber nett zu sein. Alles cool, Clementine? Okay, kann ich mit ihr reden? Ja. Sehr schön, sehr schön. Sprechen Sie mit jedem. Okay, werde ich, werde ich. Danke, irgendwas, was er hier macht. Was, was versucht er? Ich glaube auch, ich glaube auch. Ne, wir wollen einen Zaun aufbauen. Okay, okay. Ich glaube allerdings, durch das, was ich in der Serie gelernt habe, werden wir nicht weit mit einem Zaun kommen, sobald die Nacht anbricht. Die werden sich da staunen und irgendwann wird das alles zusammenbrechen. Gönn dir. Ich weiß nicht, ob es so richtig ist, denn das... Äh, nein, 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 nicht fahren. Ja gut, solange sich das alles vorstellt und so ein bisschen rumspielt, ist ja okay, solange der Dinge nicht... Ach, das Ding hat im Platten, alles klar. So, Bruder, wie kann ich dir helfen? Das sieht nicht stabil aus. Kann ich helfen? Gerne. Die Mauer könnte noch ein bisschen verstärkt werden. Doch, ich glaube, er weiß es. Okay. Aber eigentlich ist das der richtige Weg. So kaltherzig muss man hier sein. Hm. Ja. Sehr ehrlich. Nee, der war ganz normal im Gesicht. Hm. Ja, das wage ich zu bezweifeln. Gerne. Das hält nicht. Trotzdem nicht. Naja, kann ich... Trotzdem da... Ich komm da nicht dran. Glaubst du? Ich glaube nicht. Aber naja. Ähm... Doch, kein Ding. Ich schau mal bei den anderen vorbei. Ist hier drin noch wer? Weil in der Serie hat die Scheune eine Riesenrolle gespielt. Aber nein, hier ist keiner mehr. Okay. Interessant. Ich frag mich, wie sehr das Game sich an die Serie richtet. Ich bin da echt gespannt drauf. Buddy, kann ich dir helfen? Okay. Naja. Kann ich dir helfen? Sicher, Bruder? Was meinst du? Ich meine, in der Arbeit dieser kleine Mädchen. Weißt du, was du machst? Du hast deine eigenen Kinder. Nein. Glaubst du, das Militär gibt's noch? Nein. An- und für sich ja ein guter Job, ne? Nein. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. Da ist Herschel. Mit dem wollte ich sowieso mal reden. Herschel hasst die Gewalt. Und eigentlich hasst er auch die Beißer. Lügen. Wir sollten jetzt ehrlich sein. Ja. Ja. Ja, ich auch. Ja. Hm. Oh, oh. Ja. Äh, ja. Wow. Was ist das? Was geht ab? Okay, okay, okay. Ich geh zu Clementine. Ein Angriff, wie's aussieht. Clementine, komm hier rüber. Fuck. Der ist auf ihn draufgefahren. Er ist auf ihn draufgefahren. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Das ist nicht gut. Clem, 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 Clem. Nee, ihm, 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 ihm. Ihm, ihm, ihm. Komm schon, Buddy, komm schon. Nein. Kacke, Mann. Hol deinen Sohn da runter, hol deinen Sohn da runter. Okay, 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 okay. Komm schon, komm schon, Mann. Alter. Willst du mich verarschen? Kann doch nicht im Ernst sein, Mann. Na, komm schon, komm schon, komm schon, Bruder, komm schon. Nein. Alter, nein. 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 Meine Frage zur Güte. Hätte man ihn retten können. Nee. Nee. Er ist gebissen worden, das heißt... Aber nicht geschafft, Mann. Ah, nein, Sohn. Nein. Tut mir leid. Ich hab ihm gesagt, dass die Mauer nicht hält. Hushel? Hushel? Get the fuck out of here! I'm sorry. Sorry! Your son is alive. You don't get to be sorry! Was? You tried to help him. But this piece of shit let him die. Was? Niemand ist daran schuld. The hell I can't. You want your back. We can kill his your daughter and you need his help. Please. Alter. Just go. Get out and never come back. Geht's noch? Er kriegt sich wieder ein. Komm mit. Lasst ihn erstmal alleine. Er kommt klar. Clem. Clem. Geht's noch mal. Geht's noch mal. Geht's noch mal. Geht's noch mal. Untertitelung des ZDF, 2020